Hallo und herzlich willkommen hier auf einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal dem Esszocker, bald wird er wie gesagt nicht mehr Esszocker heißen, aber trotzdem, hier ist mein Uploadplan, warte ich mach mal komplett Turnhaut, hier ist mein Uploadplan und dann noch ein kleines Chest Opening. Wir fangen jetzt mal an, also erstmal kurz die Gratis tun, ich bin Arena 1, da können auch keine Digis rauskommen, also uninteressant, warum ich eigentlich einen Chest Opening mache, ist deswegen hier, erstmal spenden schön, ha, hier, die fucking Clan Ruhe ist da, wir haben sie auf Level 8 geschafft, 1200 Gold, 31 Burgis, 8 Valkyren, Koboldfass freigeschalten, einmal, einmal Blitz, 12 mal Koboldfass und 147 mal Ritter, die Clan Ruhe ist so OP geworden, aber trotzdem Koboldfass, ja man, so wir haben 4 Accounts, 5 Uploaddaten, das heißt, ich werde jetzt, äh, kurz so ne kleines Chest Opening machen, danach erst den Uploadplan, das heißt, ich pausiere kurzes Video, weil ich hab keinen Bock, 5 Stunden lang alles wieder zu schneiden, ich pausiere kurz das Video und geh kurz auf einen anderen Account, wie gesagt, 4 Accounts hab ich, hab ich vor mir und, yo, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder, geh die Aufnahme weiter, ja, ja, gut, so, hier kann ich jetzt eine Legi ziehen, die Kartoffeln sind uns interessant, deswegen mach ich sie mal ganz schnell, ja, zack, okay, jetzt kommen wir wieder zum Highlight, Clan Ruhe, 1200 Gold, 17 Tesla, 3 Rakete, 6 Grabstein, mit keiner Legi, 11 Mini Pekka, 2 mal den Prinzen und 161 mal die Lakaien, ist, es ist so Hardcore, Mann, zack, die können wir nach oben machen, richtig mega nass, so, wir sehen uns gleich wieder, wie gesagt, bis gleich. Ja, aber trotzdem kommen wir jetzt zum Highlight wieder, hier wird's richtig interessant, 3 mal Entfernung, ist scheiße, 4 mal Valkyre, jo, 67 mal Skelette, wird keine Legi, okay, aber trotzdem mal Kobold, für den, 111 mal Pfeile, 2 mal X-Bogen. Ist einfach nur scheiße, die Kiste, so, gut, dann würde ich sagen, mal wieder bis gleich, hallo. So, Leute, das absolute Highlight ist jetzt hier, ach so, ja, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, ich hab mir gestern den Mega-Ritter im Shop gekauft, easy, jetzt haben wir, was heißt so einen richtigen Thron, das hier ist so ein kleines, äh, 4 mal Klanthron-Opening, weil die 2 Thronen, wo ihr da unten seht, da werden noch mehr dazu kommen, dann werde ich ein riesenfettes Chess-Opening machen. Das heißt, wenn ihr mir irgendwelche Thronen spenden wollt, schreibt es in meinen Kommentar, dann setze ich mich mit euch in Verbindung, und, ja, so, Klanthron-Level 8, werden wir eine Ligie ziehen? 20 mal Sperrkobold, 35 mal Elite-Verband, 33 Lakaien, okay, kein Ligie, 73 mal Tesla, 20 mal Bomben, so, bitte ist noch eine gute Epische, ist schon ziemlich gut, Kanon-Karre, yo, easy, easy da, so, ich will jetzt noch ganz schnell, ein schnelles Spiel machen, währenddessen wir einen Uploadplan erklärt. Montags um 15 Uhr kommt mein erstes Video, und es wird ein Clash of Clans Video sein. Dann kommt Mittwoch sein Video um 14.30 Uhr, das wird dann Blunt sein, dann kommt, ähm, am Freitag um 15 Uhr ein Video, da gucke ich noch, was kommt, je nachdem, was ich vorgedreht habe, ob ich überall drauf Bock habe, das ist so sozusagen ein offener Tag, und, oh, fuck, verkackt, trotzdem, dann wird es samstags, nochmal, äh, um 15 Uhr, COC, komm, also Clash of Clans, und dann werde ich am Sonntag auch noch ein Video machen, auch nochmal, Blunt, und zwar um 14.30 Uhr. Jo, das war mein Uploadplan, also, ja, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dieses Video anschauen hier, so, das soll's, was heißt schon gewesen sein, ich mach noch ganz kurz diesen Fight zu Ende, das war lalala, gut, easy, schaffen wir eh nicht mehr, wir haben eh verloren, denke ich mal, zack, man, weggeflext, so, also, unser Turm wird jetzt definitiv down sein, mal gucken, das ist schon ein komisches Text, wo ich spiele, muss ich mir sagen, Jo, Mann, was heißt, ich warte uns nicht auch mehr auf das Gameplay, so, eher gesagt, das hier, war's jetzt heute von meinem Video, yay, Video, Video, ähm, ja gut, dann, lass ich das jetzt heute mal gewesen sein, mit dem Video sein, das war's von mir, dem Esszocker, das war mein Uploadplan, kleines Chester Opening, hoffentlich, sorry, bald wird unsere Community weiter wachsen, habe ich so das kleine Gefühl, aber trotzdem, das soll's, jetzt gewesen sein, von diesem Video, wir sehen uns bald wieder, Leute, haut rein, und ciao.